hallo freunde recht herzlich willkommen zu einem neuen spontanen unboxing ich habe post erhalten von templar assassin 689 dem guten max hi wenn du das siehst oder ja was auch immer ja er hat mir wieder ein kleines paket zugeschickt es war keine verarsche das ist sehr schön ne war so ein bisschen so ein er hat nach meiner adresse gefragt nach meiner neuen ich habe die geschichte hat gesagt verarscht und da war ich mir echt nicht mehr so an sicher meinte es ist wirklich aus spaß wollte er jetzt wollte mir etwas zuschicken oder war das jetzt wirklich nur ein scherz aber wie man sieht es ist kein scherz gewesen und das freut mich sehr ja ich habe keine ahnung was in diesem paket ist wusste ich auch letztes mal nicht aber ich habe wirklich nicht mal den geringsten teil ja und das einzige was ich weiß das paket ist ein bisschen lädiert worden über den post weg wohl über hier sieht man das jetzt ist dreckig und zerknickt und klar ich hoffe da drin ist jetzt nichts kaputt gegangen ich weiß überhaupt nicht was da drin ist ob da jetzt keine ahnung vielleicht irgendein spiel drin ist weil das mal der meyer jetzt mal der meyer spider-man 2 und gta by city service geschenkt oder ob da weiß ich nicht die du drin ist was weiß ich und machen wir einfach mal auf auf der anderen seite stehen übrigens adresse und so die möchte ich jetzt nicht einblenden da draußen schreitig und kind rum glaube ich gut fangen wir mal an oder fangen wir hier an auf der seite warte mal kurz so rum muss man machen ja genau der reich wieder die adresse weiß ich auch endlich kämpft das richtigen namen ich weiß ich aber beim letzten mal aufgeschrieben hatte zumindest kann ich mich nicht daran erinnern wieder draußen schreit ich den kind rum ich weiß nicht ob man das gehört hat hoffe dich wohl so schlimm dann muss ich den haken bei dem YouTube Upload eingeben hier minderjährige wirken mit sehr schrecklich so okay das ich sehe ja schon was schon irgendeine art brief moment kann man da schon immer schon irgendwie schrift und über template auch eine wunderschöne schrift ja gott ich sehe das schon ich sehe schon ein wort ein begriff einen namen wo ich wieder flashbacks kriege okay die frage ist jetzt wollen wir wirklich den brief jetzt schon lesen oder erst am ende ich würde sagen erst am ende so gucken wir mal okay da ist mir irgendwas flaches drauf wo schon mal okay metallinge da kommt wieder seine 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 öko werbung aber das finde ich ja gut er hat mir auch letztes mal irgendwie ich weiß kann mir war das genau war geschickt was ist das okay finde ich ja eigentlich naturschutz das ist eine gute sache okay ich lese aber mal vorher wetterlinge schmetterling fragen wann haben wir das letzte mal einen bläuling gesehen dann haben wir das letzte mal einen schweibenschwanz gesehen da ich nicht weiß wie ich von beiden was ist würde ich jetzt einfach mal sagen einfach mal generell die frage weiß ich dass wir später den gesehen haben eine ausgezeichnete frage weiß es nicht ein später ding auch vom aussterben bedroht das wäre nicht so schön ihnen sind vom aussterben bedroht das sind unfassbar viele tierarten vor dem aus der boden jeden tag sterben wie hunderte tierarten aus also ganz nebenbei bettet sterben und insekten sterben ok weiß er sich ich weiß noch wie ich letztes mal bei dem 1 hat er auch sagt ja kommen die lese ich jetzt nicht komplett ist dann aber doch noch am ende getan habe ich würde sagen wir machen das ähnlich dass ich das am ende vorlese oder mal durchlese die die sich ja ist vielleicht jetzt nicht so interessiert auch wenn es durchaus jemanden leuten interessieren sollte ja ich sehe hier steht schon der der die herstellung dieses flyers 1000 euro kostet also nicht dieses flyers sondern von allen weil für ein flyer 1000 euro ausgeben welche manche krass jetzt war auch irgendwie aber irgendwas anderes hier leipzig aha 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 gut wo leipzig ist ja jetzt gar nicht so weit weg von mir hier ist schon irgendwie ja ich kann es einfach mal so sein das kann ich einfach mal so in die kamera halten mein gott weiß nicht könnte lesen ob ich dann am ende auch noch lese wartet scheint die irgendwie ich weiß nicht genau was sein soll für die kamera scharf genug gut machen wir doch einfach erst mal weiter oder spüren schon okay das fühlt sich nach einer hülle an gucken wir mal ha okay king of hearts 1.5 2.5 remix templar ich hasse dich templar ich liebe dich oh mein gott okay das sind einfach mal moment das ist ja jetzt 1 ja genau das sind ja king of hearts 1 und 2 so ist halt die ganzen oder was heißt spin-offs aber die ganzen anderen teile ja kontext ne wenn man es nicht mitbekommen hat ich habe ja im stream gesagt dass ich gerne mal kingdom hearts spielen würde also ich würde sowieso ich wollte sowieso in der ewigkeit in kingdom hearts spielen und habe mir gedacht komm das mache ich wenn dann in einem let's play dass wir dann richtig schön alle kingdom hearts teile in chronologischer reihenfolge spielen wie sie erschienen sind ja hier sind ja unter anderem kingdom hearts also feine mix ist ein remake ne kingdom hearts 3 chain of memories kingdom hearts 351 halb tage weiß jetzt nicht wie man das ausspricht ähm beziehungsweise ist ja dann dieser film davon gibt es ja auch ein spiel aber das ist hier so eine filmumsetzung wie jetzt einfach nur die story als film umgesetzt dann kingdom hearts 2 kingdom hearts birth by sleep und kingdom hearts recoded ebenfalls ein film cool ähm ja zum kontext und ich habe dann gesagt ich will mir das wenn dann schön angucken und es erschien ja vor kurzem kingdom hearts ähm the story so far das ist ähm genau quasi das hier das spiel plus noch die andere collection ich habe übrigens gerade so die befürchtung dass das vielleicht hier auch noch drin ist nämlich hier 2.8 ad die sind auch hart 2.8 final chapter prologue genau boah ey so ein bescheuerte Name ähm ja das ist quasi in der collection kostet gerade mal glaube ich 40 euro ich habe es bei Amazon äh bei Saturn gesehen ich habe echt überlegt das mitzunehmen dachte mir aber ah ich habe nicht mehr so viel Geld momentan also ich habe noch ein bisschen was aber ich will ja auch ein bisschen was auf Reserve halten und so weiter und deswegen dachte mir ne komm ich hau mir das jetzt erstmal nicht wir äh heben uns das für später auf oder ich hebe mir das für später auf ja cool ich habe gerade noch überlegt was streame ich eigentlich jetzt nach Fahrenheit Fahrenheit fuckt mich übrigens maximal ab das wird noch lustig aber wir schaffen das nächste Woche ich glaube an mich an uns ähm ja dann kann ich das ja vielleicht doch spielen okay ähm ja und jetzt hat Templar mir das geschenkt cool er hat nämlich selber ja gesagt dass er ähm dass er dass er es jetzt gespielt hat ist es die Frage ist es jetzt wirklich ein Geschenk oder willst du mir das nur ausleihen für die Zeit ich meine ich bin für beides auf jeden Fall dankbar weil ich schätze mal dadurch dass es jetzt hier auch nicht eingepackt ist und hier schon so leichte Flecken drauf sind das soll keine Kritik sein sondern soll einfach nur ne Bestätigung sein dass es halt deine Version ist das was du gespielt hast hab ich jetzt eben doch hab ich mir schon reingeguckt ne jetzt erhältlich genau hier HD Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue sehen wir vielleicht gleich auch noch ich weiß es nicht Dragon Quest Heroes weil aha wurde ja auch jetzt der Dragon Quest oh hier ist irgendein Code achso da kann ich das bei Square Enix wieder registrieren habe ich damals auch gemacht bei meinem ganzen Square Enix Spiel obwohl man da sowieso nichts bringt aber was man kann das macht man so schauen wir mal okay ist aber erstmal wieder irgendein Set äh oh äh äh okay vegan vegan die die gesündeste ernährung steht da glaube ich ja und ihre Auswirkungen auf Klima und Umwelt Tier und Menschenrechte oha oha du willst mich echt noch zum Veganer machen vielleicht ist es ein Verbrechen jetzt das sehe ich erst mal als erstes ja äh die moralischen Gründe für Menschenrechte okay das werde ich jetzt nicht komplett durchlesen aber das ist auf jeden Fall interessant wie gesagt ich bin ja ich bin ja jetzt Vegetarier ne das wissen ja wahrscheinlich die meisten ähm ich halte die vegane Ernährung auf jeden Fall für sehr sehr sinnvoll und eine sehr gute Sache Problem ist bei mir dass ich halt echt so ein bisschen so war Käse und auch sonstige Milchprodukte und ich habe ja zum Beispiel auch jetzt in der letzten Zeit mal Hafermilch oder Mandelmilch probiert und das ist ja auch alles so okay aber irgendwie auch nicht so wirklich also normale Milch zum Beispiel finde ich halt immer noch am leckersten ähm ja und deswegen bin ich da so ein bisschen also vegan ist halt schwierig ob ich es tue keine Ahnung noch noch nicht ich werde mir das auf jeden Fall mal durchlesen und mal schauen Problem ist natürlich auch dass dann echt so ein bisschen so die Alternativen oder die Möglichkeiten halt eingeschränkt sind ich meine Vegetarische ist halt echt okay da lässt man das Fleisch halt einfach weg ne aber vegan da muss man halt echt ganz doll drauf achten und so und vegan leben ist ja was anderes als vegan ernähren dass man halt auch sonst irgendwie versucht auf Dinge zu verzichten zum Beispiel auf Leder auch wenn das wahrscheinlich Kunstleder ist das Ding weil es halt zwei Euro gekostet äh ja ich weiß es nicht so genau aber sowas zum Beispiel versuche ich ja jetzt auch zu achten das ist noch aus der Zeit als ich da nicht drauf geachtet habe ähm ja Vorwort des Autors der Autor Ernst weiter Henrich Henrich tatsächlich Henrich nicht Heinrich mhm das gucke ich mir also das lese ich mir auf jeden Fall mal durch ich meine so ein bisschen natürlich inwiefern das mit Bierhaltung anzutun hat ist mir schon klar ich meine auch vegetarische Ernährung ist keine ähm pro Umwelt sage ich mal weil natürlich trotzdem noch Bierhaltung stattfindet ne und Methan und alles sowas ist natürlich nicht sehr umweltfreundlich genauso wenn man natürlich keine Bioprodukte kauft oder beziehungsweise ich weiß nicht genau wie das eigentlich so gehandelt wird aber wenn man jetzt irgendwie Kuhhaltung ähm für Milch und Käse kann ja trotzdem sein dass die am Ende des Tages geschlachtet wird für Fleisch ne von daher weiß ich nicht so genau Menschenrechte und Hunger sowas hat auch alles mit zu tun heieieiei ich hab Angst dass ich danach nie wieder was essen möchte aber da hat auch meine kleine Broschüre draufgeschrieben ne ich dachte zuerst das soll eine Elf sein aber ich glaub das soll so ein Zwinker-Smiley sein also hier so dach dach genau und das natürlich wo das hier hinten draufsteht das ist natürlich auch so ein bisschen mein Problem ähm also was ich auch sagte das ist natürlich so ein bisschen Rezepte das ist halt nicht einfach wo fängt man an wie fängt man an wie macht man das naja gut guck ich mir auf jeden Fall mal an so dann kommen wir jetzt mal zu ja ich spür auf jeden Fall eine Hülle ja okay da sieht man auch schon was blaues das wird es wohl sein ja ist es tatsächlich KigemHards HD 2.8 Final Chapter Prologue ah cool sogar ab 12 ah okay League Templar spielt jetzt Kingdom Hearts 3 schön ah hier ist HD 1.5 das hab ich ja erschien das erst vorher das hier ich weiß nicht so genau hier ist ja nochmal Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep The Fragmentary Passage aha und Kingdom Hearts X Backcover mit so einem komischen X auch in irgendwelch ne wenn er es irgendwo hinterlegt geschrieben ist dass es X immer so ein komisches ein neuer HD Film aber es gibt von diesen ganzen also ich weiß jetzt nicht ob von Backcover aber es gibt auf jeden Fall von Recoded was hier drin ist und von wie heißt das andere von 3.8 15.5 Days gibt es auch Spiele die dann für irgendwie glaube ich Game Boy Advance und ähm Nintendo DS waren ähm wären auf jeden Fall Ideen das mal ich drehe es mal so cool um hey wären dann auf jeden Fall würde ich dann wahrscheinlich eher dafür spielen und mir dann mal den Film angucken cool so und jetzt noch den Brief oder ist hier noch mehr drin nee nein ach ist das lang okay äh okay ist ein langer Brief ist noch mehr drin nee okay das war's dann mach ich mal vorsichtig so wup 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 okay äh okay das geht das geht sehr viel also ich lese jetzt einfach vor oder soll ich jetzt so cool reinhalten äh ich kann auch ich kann das tatsächlich auch reinhalten weil ich kann das auch über die Kamera lesen hallo Leon hallo ein bisschen nervig hallo Xolen okay X das hat wahrscheinlich irgendwas mit diesen 13 Typen da zu tun in äh in Kingdom Hearts hier gibt es ja irgendwie die magische 13 ne weiß ich gar nicht die will alle mit X anfangen da ich kein Schmierpapier mehr hatte schreibe ich dir auf weiß ich habe mir nun the story so far besorgt aaaaa daher bekommst du das bundle getrennt IP I achso das ist ein smiley äh sind aber jeweils die gleichen beiden Datenträger genau das weiß ich muss ich auch du kannst die Geschichte ganz einfach der gegebenen Reihenfolge nach genießen und die Spiele lieben und hassen lernen ich und auch Jones werden dir beistehen die Story ist so gut Gameplay technisch hat auch jedes Spiel seine eigenen Vor- und Nachteile jetzt bin ich erstmal dabei das Ende der Xenonot Saga zu erleben genau das ist ja Kingdom Hearts 3 ist ja nur das Ende der Xenonot Saga also der ersten ja der Anfang sag ich mal überleben parallel zum Ausgleichsspiele ich GTA 3 GTA 3 zum Ausgleichsspielen ist schon echt mutig da kriege ich schon Checkpoint Fieber äh 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 Checkpoint Fieber war glaube ich die Mission die ich nicht geschafft habe und für das Let's Play wirklich gesagt habe ne das mache ich nicht ich mag Excel merk dir Excel ok und auf der Rückseite steht auch noch was ich hoffe das darf ich zeigen nun bin ich schon auf Seite 2 dann bringe ich diesen Brief mal oder Brief ja Brief mal zum Ende ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg im Studium und im Leben du bist cooler und sehr guter Mensch ich bin cooler Mensch da fehlt ein Artikel du bist ein cooler und sehr guter Mensch hast viele Jahre meines Lebens positiv begleitet vielen Dank und viel Spaß Tabla Max A.K.A. Max mit SZ BOMBED äh aus der lineare Algebra Gebre groß geschrieben Kompetenz Inkompetenz das hielt mich daran dass ich immer noch die scheiß ähm Comments mal für YouTube aktivieren muss das geht dann nämlich auch irgendwie da fängt zwar der Counter leider von vorne an aber was soll man machen ich kann da hinschreiben Leon hat schon so und so mal plus und dann gucke ich mal wie viel bei Twitch waren mal Inkompetenz bewiesen dass man das einfach muss man mal Mathe anwenden Max mit SZ ist halt auch ein schöner Insider ne das irgendwie ich weiß gar nicht mehr genau das war irgendwie als das große SZ kam da hab ich halt irgendwie gedacht so haben wir irgendwie über so das große SZ und dann irgendwie hab ich dann Max mit SZ gesagt ich weiß gar nicht so genau ich glaub weil nämlich Jones dabei war und der heißt ja auch Max doch ne ich war bis zu 100% doch Jones hieß auch Max ich bin mir gar nicht 100% sicher gewesen genau ähm ja cool dann auf jeden Fall vielen 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 Dank für die Spiele vielen Dank für die weg damit vielen Dank für die netten Worte wollte ich sagen und schmeiß es weg ne auf jeden Fall vielen Dank für die netten Worte mit dem äh wir haben uns positiv begleitet das hör ich doch gerne ich weiß ich bin ein unfassbar kleiner YouTuber und irgendwie kann man mich überhaupt noch YouTuber nennen ist das erlaubt und äh habe nicht viele Zuschauer aber es ist trotzdem schön dass doch der ein oder andere dabei bleibt und ähm ja mir dann solche nette Worte hier schreiben kann dankeschön ja auf jeden Fall auch vielen Dank für die Spiele das heißt demnächst im Livestream Kingdom Hearts ähm ich muss mal überlegen wie ich da Tendl wie gesagt jetzt erstmal Fahrenheit zu Ende spielen das wenn ich es schaffe Kontext falls ihr den letzten Stream gesehen habt ist Fahrenheit ne ist ein dreckiges Scheißspiel ja David Cage ne wenn du das siehst ne ähm das Spiel es ist wirklich kein gutes Spiel aber es ist halt ich bin jetzt an so einer Stelle wo ich einfach nicht weiterkomme weil weil ich einfach verkackt habe es ist schwierig zu erklären ich komme einfach nie weiter beziehungsweise verstehe ich nicht warum ich jetzt nicht mehr weiterkomme nachdem ich dort schon einmal weitergekommen bin und jetzt verkacke ich irgendwie egal es dauert euch die verschallt Fahrenheit-Listplay an Folge 14 13 12 dann versteht ihr was ich meine aber wir werden das schon irgendwie schaukeln irgendwie kriege ich das schon durch und dann ja hatte ich ja sowieso überlegt was ich als nächstes Spiele ähm ja warum eigentlich nicht dann direkt mal mit Kingdom Hearts 1 anfangen Kingdom Hearts 1 ist zwar glaube ich immer wieder sehr schrecklich was das Gameplay anbelangt dass es wirklich wirklich klangy sein soll klangy ist das richtige Wort ich glaube schon und sehr ekelhaft aber jetzt kriegen wir schon äh irgendwie hin ich glaube an mich schlimmer als Fahrenheit kann es ja nicht werden cool ja dann nochmal hier vegane Ernährung wie gesagt ähm ob ich das ob ich also momentan bin ich mit meiner vegetarischen Ernährung eigentlich ganz zufrieden das kriege ich ganz gut hin ne und momentan habe ich auch einfach nicht die Zeit zum Kochen und so ich glaube wenn man sich wirklich vegan ernähren will dann ist man nicht sehr kompatibel was öffentliches Essen angeht weil da kann da gibt es ja kaum was sag ich mal ne wenn ich jetzt schon überlege wir waren halt schon öfter mal irgendwo essen oder so und da kann es ja einfach nichts da gibt es ja einfach nichts ne und das ist dann halt irgendwie auch so ein bisschen nervig wie gesagt momentan bin ich mit meiner Ernährung in der hin bin ich eigentlich ganz zufrieden trotzdem gucke ich mir das auf jeden Fall mal an mach das mal ich hoffe das nicht ist dagegen wenn ich das mal weg mache hier blub blub äh und ich lebe das jetzt auf meine Webcam damit niemand mich mehr stalken kann ne äh auf meinen Penis Moment äh keine Ahnung ähm ja dort hier weiß ich jetzt nicht so genau was das ist und bei Bibliothek Leipzig gehörte 19 Uhr Perspektiven auf eine Zukunft achso das sind einfach so also so Vorlesungen wahrscheinlich oder hier so Vorträge Perspektiven auf eine zukunftsfähige Ökonomie mit der Initiative Bedingungsloses Grundeinkommen der Attentivwährung Lindenthaler aha und der gemeinsamen Ökonomie der Kommune Luftschlosserei stellen sich drei regionale Projekte im Kontext Alternativen Wirtschaften wir im Kontext Alternativen Wirtschaftens vor und laden zum Regenaustausch ein Zitat für ein garantiertes Einkommen für alle spricht in erster Linie dass die Freiheit des Einzelnen auf diese Weise entschieden erweitert werden könnte oha laut Demoscope-Umfrage würden 90% der Befragten eher nicht 21% beziehungsweise bestimmt nicht 90% aufhören zu arbeiten wenn sie ein bedingungsloses Grundeinkommen bekämen ok Grundbedingungsloses das ist halt so eine Frage würde ich das tun weiß ich nicht ich glaube gut ich arbeite sowieso nicht aber würde ich ein Grundeinkommen bekommen so würde ich dann arbeiten ich glaube ich würde weniger arbeiten tatsächlich also das ist dann halt so man braucht ja immer irgendwie auch so ein bisschen Ausgleich ich merke das ja jetzt schon immer in meinen Semesterferien wo ich dann zwei Monate nicht zur Uni muss wo ich mir auch so denke boah ich gehe hier so ein bisschen ein ich meine das hatte ich ja nun im Endeffekt auch letztes Jahr sehr intensiv als ich nicht wusste was ich tun soll ähm aber so 8 Stunden arbeiten ist dann auch wieder ein bisschen viel ne wenn man so so ein Teilzeitjob hat sag ich mal so ein bisschen aber dann trotzdem noch genug Freizeit hat da hätte ich nichts gegen so wäre das so würde ich glaube ich dieser Frage mal beantworten so aber ich sehe ja irgendwas mit die Initiative Grundeinkommen Leipzig trifft sich regelmäßig um Kaffee im Haus der Demokratie Leipzig Bernhard bla 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 am letzten Donnerstag im Monat 19.30 Herzlich Willkommen Sie betreiben einen Blog bla 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 und zwei YouTube Kanäle e.g. Leipzig und zweimal schauen weitere spannende Videos aber deswegen noch so sogar ein Einkommen auf YouTube Irrweg oder Ausweg Rotterdam oder Videos und Basis Aha hier sind auf jeden Fall ein paar interessante Videos ich habe es ja nun schon gezeigt aber ich kann es aber trotzdem nochmal tun weiterbilden in der Hinsicht und dann auch Schmetterlinge ja soll ich das noch ach komm jetzt bin ich eh schon voll dabei dann lese ich das jetzt auch noch ist ja ist nicht so viel auf jeden Fall das kriegen wir hin Schmetterlingssterben und Insektensterben in den letzten Jahrzehnten hat die Zeit der Schmetterlinge in Deutschland und Europa stark abgenommen zwischen 1990 und 2011 brach die Population von 17 in der EU verbreiteten Schmetterlingsarten um rund die Hälfte ein schreibt die Europäische Umweltagentur 2013 in ihrem Bericht selbst Nichtbiologen fällt auf dass der Artenreichtum und die Anzahl der Schmetterlinge massiv abgenommen haben ja wie gesagt auch ich muss jetzt echt überlegen weil ich selbst den Schmetterlingen gesehen habe wir erleben gerade ein stilles alten Artensterben und zwar nicht im fernen Afrika sondern direkt vor unserer Haustür dies geht nicht nur für die Maissteppen sondern erschreckenderweise auch für die wertvollsten immer dem Ferneintrag von Giften ausgesetzten Naturschutzgebieten der beste Indikator für das großstille Insektensterben ist ihre Windschutzscheibe weil diese nach sommerlichen Fahrten vor 30 Jahren noch heftig Insekten verschmiert so ist die jetzt erschreckend sauber Schnaken gibt es natürlich noch aber die dicken Brummer fehlen während das Bienensterben ausgelöst nicht zuletzt durch Neonicotinoide intensiv öffentlich diskutiert wird braucht das stille Sterben der Schmetterlinge der Wildbienen und anderen Sekten noch mehr öffentliches Interesse auch wenn wir uns über gelegentliche Neufunde Purpurweiden Jungfern Wind und klimabedingte Wanderungsgewinne aus dem Süden freuen ändert dies nichts am Grundproblem Ich untersuche die Tag- und Nachtfalter in der Oberrhein-Ebene seit 30 Jahren regelmäßig und sowohl die Artenzahlen als auch die Faltermengen gehen insgesamt stark zurück Es fällt auf dass auch Wiesen die selbst nicht zerstört wurden aber in der Agrarlandschaft unmittelbar den Randeinflüssen der gespritzten Kulturen ausgesetzt sind nur noch von wandernden Faltern besucht werden Wiesen im Wald sind oft noch nicht so betroffen Wunden Wiesen der Hochwasserdämme in der Aue sind vom Wald abgeschirmt und geschützt und darum immer noch Faltenreich Falterreich Faltenreich Im Kaiserstuhl haben sich einige Arten nur noch in den windgeschützten Tälern gehalten Da wundert man sich natürlich nicht dass neben Schmetterling und anderen Sekten auch Singvögel und Fledermorse seltener werden Sagt Jörg-Uwe Meinicke Schmetterlingsexperte Immer mal Studien zeigen dass nicht nur Honigbienen Wildbienen Hummeln und anderen Sekten durch Neonikotinoide geschädigt werden Neonikotin Ach Neonikotin Nikotin Neonikotin Jetzt habe ich es auch verstanden Neonikotinoide geschädigt werden sondern dass die Biodiversität in Gefahr und zum Teil schon beschädigt ist Was ungemerkt von der Öffentlichkeit bekämpfen deutsche Chemiekonzerne mit allen juristischen Mitteln ausgestattet mit Geld und Macht jede kritische Stimme die ihre lohnenden Giftgeschäfte gefährden könnten Oh ja Gerade der Konflikt um die heftig umschrittene Neonizu 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 wird mit großer Härte ausgetragen und hat den kleinen Bund am südlichen Oberrhein schon viel Geld gekostet Aus bunten Schmetterlingswiesen wird Einheitsgrün Immer noch werden viele Wiesen umgebrochen Aus bunten Artenarmes und überdüngtes Einheitsgrün das immer häufiger im Jahr gemäht wird Unsere Landwirte die einer brutalen internationalen Konkurrenz Freihandel ausgesetzt sind müssen immer mehr Futter für Kühe erzeugen und auch die Biogasanlagen müssen gefüttert werden Wo früher eine artenreiche Ackerwiesen und Streuobstlandschaft war steht heute fast überall Giftgeduscht am meisten Viele der in der Landwirtschaft eingesetzten Spurzmittel und Gifte Neonikotinoide Glyphosat sind ein Grund für den massiven Rückgang der Artenvielfalt und Ackerböden und werden mit dem Wind über große Entfernungen transportiert Sterben der Schmetterlinge ist eigentlich ein verhabenluster Neusprechbegriff denn er verschweigt den Hintergrund des Sterbens Schmetterlinge und andere Arten werden global und regional ausgerottet Es lassen sich viele Einzelursachen dieses Ausrottungsprozesses auflisten Zusammenfassend lässt sich sagen dass unser verschwenderischer auf unbegrenztem Wachstum beruhender Lebensstil nicht kompatibel mit dem Überleben von Schmetterlingen Nashörnern Feldhamsternd Insekten und vielen anderen Arten Ob unser Lebensstil sich mit dem Überleben unserer eigenen Spezies verträgt darf bezweifelt werden Eieieiei So ganz bisschen noch Das Spetterlingsterben ist nur ein kleiner Teil des globalen Artensterbens Von Jahr zu Jahr stehen mehr gefährdet Tier und Pflanzen auf der roten Liste der bedrohten Arten Durch das was wir Wachstum und Fortschritt nennen hat sich das Globale und regionale Artensterben der Art beschleunigt dass Forscher mittlerweile vom sechsten Massensterben der Artgeschichte sprechen Ja, das davon habe ich auch gehört Natürlich werden neue Naturschutzgebiete ausgewiesen Aber der Gift- und Düngereintrag macht auch vor dieser Rastnatur nicht Halt und die Zahl der Schmetterlinge schwindet Während neue Naturschutzgebiete unter öffentlichem Beifall eingeweiht werden verschwinden gleichzeitig wesentlich größere Flächen unter Beton und Asphalt Der Naturschutz arbeitet am kleinen Detail Die Naturzerstörer arbeiten am großen Ganzen Axel Mayer Geschäftsführer Der Druck dieses Leit hat uns ca. 1000 Euro gekostet Wie gesagt, bitte helfen Sie uns mit einer Spende bei der Finanzierung Versuchen auch Menschen die dieses Infoblatt weiterverteilen Sie bekommen es für nur 2 Cent im Shop bei Ihre Natur schützt ich bin das Auflage Ja, okay Ich zeige einfach mal hier in der Kamera das würde eh nichts bringen weil keiner von euch da wahrscheinlich irgendwas spenden würde oder sonst was aber man kann ja noch hoffen schadet ja nicht einfach mal hier rein zu zeigen Ja, Kamera Fokus ist nicht so deine Stärke Ja, ist aber trotzdem kann man glaube ich trotzdem lesen Wobei man da natürlich das muss man natürlich auch schneiden aber ja, fotografieren und hinschicken haben wir schon auch nichts gegen Cool Ja, habe ich es jetzt doch noch gelesen Ich glaube, es ist das längste Unboxing bisher deckt mich am Sack Aber ja Ähm Gut Dennoch Ein bisschen in der Mitte hier Äh Dennoch Auch wenn es jetzt auf einem bisschen bedrückenden Note endete Sag ich trotzdem Dankeschön fürs Zusehen Ähm Beziehungsweise Dankeschön fürs Äh Zuschicken Dankeschön für das Paket Danke fürs Zusehen Danke für das Ding hier was ich immer durchlesen werde Danke für das Spiel und das Spiel habe ich Bock dort Beziehungsweise vielleicht wo ich gerade mal drüber nachdenke Vielleicht würde ich das erst spielen Ich habe mich gerade durch die Fingerbewegung daran erinnert Weil ich spiele ja gerade Final Fantasy 10 Vielleicht spiele ich erst mal Final Fantasy 10 durch Weil dann habe ich Also ich brauche es natürlich nicht für Kingdom Hearts Aber Dennoch habe ich dann vielleicht ein bisschen mehr Wissen Weil ja Final Fantasy Charaktere vorkommen Und Disney Charaktere Disney ist übrigens der Teufel Kaufe nichts von Disney Disney ist das Nestle unter den äh Film und Fernsehleuten Studios nennt man das auch Ja Gut Dann sage ich jetzt aber Danke fürs Zusehen für das Gefallen Und äh Wenn ihr mir was zuschicken wollt Falls irgendwer meint mir was zuschicken zu wollen Mich armen armen Studenten der sich nichts leisten kann Äh Erstmal müsst ihr nicht Zweitens Wenn doch dann schreibt mich irgendwo an und fragt nach meiner Adresse Dann kriegt ihr sie So simpel ist das Ja Achso Natürlich könnte ich auch mal den Brief hier irgendwie Ach keine Ahnung Ich denke mal ich werde auch nicht ins Thumbnail das mal alles tun Das habe ich ja die letzten Male aber gemacht Aber es ist mir leid Denkt mir so Ist ja auch ein bisschen Überraschung Deswegen werde ich glaube ich mal ein anderes Thumbnail dafür gestalten Gut Ähm Ja Dann danke fürs Zusehen Und Ich muss zu meiner Maus greifen die ich hinten verschanzt habe Bis zu einem weiteren Unboxing vielleicht mal wieder Vielleicht noch mal wieder was ich mir selber gekauft habe Mal schauen Also bis dahin Tschüss 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 Bis zum nächsten Mal.